herzlich willkommen liebe zuschauer zu einer neuen ausgabe des tipps der woche es ist im moment ein bisschen schwieriger aktienmarkt die zinsangst ist an den märkten wieder zurück und viele aktien sind wieder zurückgekommen haben die kaufsignale der letzten tage wochen ja wieder negiert eine aktie die sehr technisch sehr gut ausschaut ist die free net die bringt am 23 februar zahlen also sprich nächste woche donnerstag seit oktober auch hier ein schöner aufwärts trend zu beobachten natürlich mit höhen und tiefen aber zuletzt ging es wieder deutlich nach oben auch über die 200 tage linie und nach einer konsolidierung jetzt zwischen 22 und 22 80 könnte ja in naher zukunft hier der ausbruch aus diesem aus dieser seitwärts konsolidierung erfolgen und daneben anschlusspotenzial hier sehen wir sehr schön im bereich 25 euro das wäre das nächste ziel dividendenrendite ja bei free net gewöhnlich sehr hoch das dürfte auch mit den nächsten zahlen eben bekannt gegeben werden und deswegen nach unserer einschätzung könnte sich hier durchaus mal eine longposition auf sicht der nächsten 23 wochen lohnen der turbo bull den wir hier dabei haben ist von der hvb hat die wkn hr 61 dp der schein hat einen hebel von drei kostet aktuell 74 cent und 3,1 hier sehen wir es und der stopp kurs der wird bei 60 cent platziert in der vergangenen woche war apple unser basiswert hat sich jetzt zwar über der 200 tage die stabilisiert auch über 150 dollar marke die wirklich sehr viel relevanz hat aber wir haben es gesehen am freitag schon mal leicht drunter gewesen dann aber sich ins plus ins leichte plus retten können wir sind weiter zuversichtlich was er betrifft ja die zahlen waren jetzt nicht so verkehrt auch wenn da der erste eindruck ein anderer war aber ich denke mal dass wir durchaus hier diese hürde im bereich 158 beziehungsweise dann bei 163 164 erreichen können und deswegen sollte man den schein den wir hier haben noch halten es ist nicht viel passiert 487 empfehlungskurs 468 also ganz leicht im minus apple hat auf jeden fall das zeug dazu hier wieder zurückzukommen man hat bewiesen dass man hoch profitabel ist ein eine hohe marge trotz der vielleicht stagnierenden verkäufe vorweisen kann und deswegen bleiben wir bei apple zuversichtlich das war's von mir ich wünsche ihnen gute kurse würde mich freuen wenn sie in einer woche wieder einschalten und dann gibt es den nächsten tipp der woche bis dahin auf wiedersehen